Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Schnell weg mit den paar Krümeln. Bis ich mit dem Staubsaugen anfange, bin ich mit dem Leifheit schon fertig. Für zwischendurch den Leifheit und die Krümel sind weg, ehe der Besuch reinkommt. Leifheit Container für zwischendurch. Jetzt neu mit dem praktischen Einhandcontainer. Leifheit. Sie können Ihre Zähne putzen, wie Sie wollen. In Zahnzwischenräume kommt Ihre Zahnbürste nicht. Was bleibt sind Speisereste. Deshalb gibt es jetzt die Munddusche Broxoget von der Blender Medforschung. Sie spült mit sieben Wasserstrahlen, auch aus engsten Zwischenräumen, alle Speisereste fort. Und massiert kräftig das Zahnfleisch. Zahnärzte bestätigen, Broxoget verbessert Ihre Zahngesundheit. Broxoget von der Blender Medforschung. Mutti, sind die Toaste knusprig. Und frische Semmeln am Abend. Toll. Und getoastetes Graubrot. Ja, mein Siemens Automatik-Toaster mit seinen vielen Extras. Auch für Brötchen und für lange Brotscheiben. Alles wunderbar knusprig. Der schmalste Toaster, den es gibt. Das Geschenk mit dem gewissen Extra. Ein Name hält Wort. Siemens. Das ist mein Boy. Und das ist mein Waschboy. Mit ihm wasche ich unsere tägliche Kleinwäsche in kaum fünf Minuten. Da gibt's keine Planscherei im Waschbecken. Und es geht schneller und billiger als mit der Waschmaschine. Der Waschboy von Kalor ist die ideale Ergänzung zu unserer Waschmaschine. Kalor Waschboy. Getestet und empfohlen vom Schweizer Institut für Hauswirtschaft. Moulinex Dosenöffner. Moulinex Dosenöffner. Der Moulinex Dosenöffner öffnet alle Dosen elektrisch leicht. Und sein Messerschärfer hält alle Messer schneide scharf. Qualitätsurteil gut für den elektrischen Dosenöffner von Moulinex. Hallo Mama. Na, wie gefalle ich euch? Gleich kommt Horst. Und du hast noch nichts gekocht. Doch, wir können gleich essen. Es gibt Schlemmertopf. Schmeckt das denn? Ja, mein Herzchen. Von Müllers Mühle. Schmeckt wie selbst gemacht. Praktisch, nicht? Mh, riecht gut. Was gibt's denn? Dein Leibgericht. Serbische Bohnensuppe. Ich heirate auch meine Frau, die kochen kann. Schlemmertöpfe. Man schmeckt die Sorgfalt von Müllers Mühle. Lalalala, lalalala. Halt! Maggie hat eine neue Idee, wie man Hackfleisch anders zubereiten kann. In dieser Packung ist alles, um 200 Gramm Hackfleisch in deftig-delikate Nudeln-Stroganov zu verwandeln. Feine Eiernudeln und eine herzhafte Soßenmischung aus Champignons, Sahne, Zwiebeln und vielen guten Gewürzen. Das ist die Idee, wie man Hackfleisch anders zubereiten kann. Mh, Nudeln-Stroganov. Eine von vier neuen Ideen für Hackfleisch. Wenn ein Geschenk mit so viel Liebe gemacht ist, weiß der Beschenkte ohne viele Worte, wie gern man ihn hat. Ferrero Küsschen, als kleines Zeichen ihrer Liebe. Kaffee hab ich. Zigaretten, Likör, Gebäck hab ich auch. Schokolade? Hm, was die wohl für Schokolade mögen. Vollmilch, Zartbitter, Marzipan. Aber Moment mal, da gibt's doch die mit den fünf Sorten in einer Packung. Da ist sicher für jeden was dabei. Merci alle in einer. Fünf kostbare Schokoladenspezialitäten in einer Packung. 16 Riegel einzeln verpackt. Für jeden etwas. Ich hab was Neues fürs WC. Die Flasche mit dem tollen Dreh. WC Frisch Sprühpulver. WC Frisch Sprühpulver. Sprüht nicht nur an die Beckenwand. Sprüht Sauberkeit bis unter den Rand. WC Frisch Sprühpulver. Sprüht Sauberkeit bis unter den Rand. WC Frisch Sprühpulver ist von Thompson. Jedes Wetter schadet der Frisür. Deshalb gibt es von Schwarzkopf das besondere Haarspray. Drei Wettertaft. Drei Wettertaft schützt bei feuchtem Wetter. Die Frisur bleibt länger locker und duftig. Bei Sonnenwetter. Das Haar bleibt geschmeidig. Die Farbe frisch. Und bei Windwetter. Die Frisur bleibt Frisur. Drei Wettertaft schützt frisiertes Haar bei jedem Wetter. Drei Wettertaft von Schwarzkopf. Femina Slip-Einlagen. Das ist neu. Sicherheit und Frische für jeden Tag. Femina Slip-Einlagen. Der neue zarte Wäscheschutz für jeden Tag. Gibt Ihnen Sicherheit und Frische zu jeder Zeit. Femina Slip-Einlagen sind selbsthaftend, leicht, anschmiegsam und weich. Und sie haben einen zarten, frischen Duft. Femina Slip-Einlagen. Der neue zarte Wäscheschutz für jeden Tag. Morgen gibt's die neue Tina. Tina bringt wieder viel Mode in Farbe. Mode, die man tragen kann. Mode, die schlank macht. Mode, die auch Ihnen steht. Außerdem Rezepte, Tipps und viel Unterhaltung. Tina gibt's jede Woche neu. Jeden Donnerstag ist Tina-Tag. Also, morgen Tina. Wir Deutsche in den Augen der Fremden. Wahlbarometer Endspurt. Diskussion? Zu viel Liebe killt die Ehe. Quick muss man haben. Morgen. Marmor-Color. Schnurr und Schnauz, Blütenreigen, Rendezvous, Vogelparadies. Was ist Marmor-Color? Mein Hobby. Erst Leim aufpinseln, dann Marmor-Color aufstreuen. Bilder aus geriebenem Marmor auf Echtholz. Marmor-Color. Mit einem Mini-Einsatz schaffen Sie's spielend. Stimmt. Spielend geschafft. Mit kleinem Einsatz. Mit einem Mini-Einsatz. Wie gesagt, spielend geschafft. Nur ein kleiner. Ein Mini-Einsatz. Tja, ja. Spielend geschafft. Spielend geschafft. Mit einem Mini-Einsatz im Toto-Lotto-Rennquintett. Toto-Lotto-Rennquintett. Ihr Schlüssel zum Glück. Ah, ein Linienflug mit Pennern zu dem Preis ist doch lächerlich. Bestimmt ist da ein Haken dran. Wahrscheinlich muss man unterwegs das Cockpit feucht aufwischen oder so. Reklame, das können Sie. Was will man schon erwarten? Bei den Preisen. Selbst geschmierte Stullen und den Stewardessen beim Kaffeekochen helfen. Falls Sie überhaupt welche haben. Möchten Sie was zu trinken? Zu trinken, klar. Aber Ruhefall. Und zwar französisch. Aua. Bitte sehr. Danke. Haben die wirklich? Die meisten Passagiere über den Atlantik. Pennern. Hatten Sie einen guten Flug? Ich? Ich habe nichts anderes erwartet. Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. Aber gegen Haarausfall können Sie etwas tun. Mit dem Konzentrat Neo-Silvicrin. Mit der Pipette für die gezielte Anwendung. Jeder Tropfen Neo-Silvicrin hat die Kraft, jede noch lebensfähige, haarbildende Zelle zu aktivieren. Neo-Silvicrin. Jeden Tag. Malen nicht und nicht verschmieren und nie mehr wieder rennen. Holz, das kann heute jeder Mann. Holz, das hält ein Leben lang. Holz ist schön. Holz schafft Atmosphäre. Holz ist jetzt sensationell preiswert. Zweimal vier Meter Profilholz aus Fichte ab 96 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung. Ihren Holzhändler finden Sie im Branchenfern-Sprechbuch oder in Ihrer Zeitung. Holz, das hält ein Leben lang. Sag dem Abenteuer, dass ich komme. Das ist die Stunde, wo ein Mann aufbricht in das große Abenteuer Weite. Pure, klare, frische. Siehe Ihre Schmuss von 4711. Jetzt ist Dato-Zeit. Millionen Frauen waschen ihre weißen Gardinen mit Dato. Hier sitzt der typische Gardinenschmutz, denn Staub, Nikotin und Fett verschmutzen die Maschen. Aber Dato wäscht alles restlos raus, schon bei 30 Grad. Und das Ergebnis? Herrlich weiße Gardinen, auf die ich stolz bin. Stimmt, weißer kann man Gardinen nicht waschen. So strahlend weiß werden auch Ihre Gardinen mit Dato von Henkel. Weißer kann man Gardinen nicht waschen. Wirklich tadellos. So sauber habe ich es mir gewünscht. Das gute Sunil. Sicher, viele Markenvollwaschmittel waschen sauber. Nur nicht so preisgünstig wie Sunil. Gutes muss nicht teuer sein. Ein ungewöhnliches 60-Grad-Waschmittel stellt sich vor. Mustang von Henkel. Mustang, das neue 60-Grad-Waschmittel mit dem speziellen Flecklöser der Kochwaschmittel. Vier Millionen Proben sind jetzt unterwegs, damit vier Millionen Frauen sich selbst überzeugen können. Mustang schafft Flecken, die normale 60-Grad-Waschmittel oft nicht schaffen. Mustang, hat viel drin, holt viel raus. Mustang, neu von Henkel. Das neue Dato ist da. Speziell für weiße Gardinen. Also wir kommen Samstag. Wie war noch eure Hausnummer? Ah, brauchst du gar nicht. Schau einfach nach den weißesten Gardinen, dann könnt ihr es gar nicht verfehlen. Du Karin, ihr seid wirklich leicht zu finden. Deine Gardinen sind so weiß. Ehrlich, dass man es von draußen sehen kann. Karin, womit kriegst du deine Gardinen so weiß? Ganz einfach, mit dem neuen Dato. Mit dem neuen Dato. Ja, Dato. Denn weißer kann man Gardinen nicht waschen. Dato von Henkel.